Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 26. Juni. Heute haben wir dabei Löwe, Bosch, Facebook und Apple. Beginnen tun wir mit einer schlechten Nachricht aus deutschen Landen. Der TV-Gerätehersteller Löwe hat den Betrieb eingestellt. Denen ging es eh schon nicht mehr so gut. Die hatten Anfang Mai schon bekannt gegeben, dass sie eine Sanierung in Eigenverwaltung starten wollten. Sprich, es gibt genug Gläubige, es ist kein Geld mehr da und man versucht die Firma nochmal auf die richtige Spur zu bringen. Aber das hat anscheinend relativ schnell nicht geklappt. Denn wie gesagt, jetzt wird zum 1. Juli der Betrieb eingestellt und 500 Mitarbeiter stehen damit mehr oder weniger auf der Straße. Schade, das ist eine traurige Geschichte. Das waren schöne Geräte, aber anscheinend ist der Markt zu hart gewesen für Löwe. Eine andere deutsche Firma ist Bosch. Die machen unter anderem ja auch Smart Home Produkte, wie zum Beispiel auch eine Kamera. Und da haben Nutzer schon mehrmals gefragt, wann denn da Apple HomeKit eingeführt wird. Jetzt erneut auch wieder auf Twitter und Bosch hat reagiert und hat gesagt, ja, Apple HomeKit wird gar nicht eingeführt. Rechnet auch nicht damit in Zukunft. Also wenn ihr Apple HomeKit wollt, dann müsst ihr was anderes kaufen. Und warum? Sie haben sich bewusst gegen eine Mitarbeit, oder Zusammenarbeit besser gesagt, mit Apple entschieden, weil sie Daten an Apple geben. Und zu viel Daten sind das ihrer Meinung nach. Und deswegen wird es kein HomeKit geben. Das heißt, man muss selber für sich entscheiden, ob man auf die Bosch Smart Home Produkte setzt. Dann hat man kein HomeKit oder lieber mal guckt, was es bei anderen Herstellern gibt, wenn man HomeKit nutzen möchte. Nächstes Thema, Facebook. Die haben vor einem Jahr schon in Amerika eine durchsuchbare Datenbank mit politischen Anzeigen ins Netz gestellt. Also politischen Anzeigen, die logischerweise auf Facebook liefen, um so für ein bisschen Transparenz zu zeugen. Ne, zu bieten. Um auf jeden Fall Transparenz zu bieten. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und dieses Archiv wird jetzt auch weltweit ausgerollt. Zusammen mit ein paar anderen Tools, alle rund um das Thema politische Anzeigen auf Facebook, die die Meinung der Bürger eventuell beeinflussen und steuern könnten. Also so möchte Facebook einfach wieder für mehr Transparenz sorgen. Und auch gerade in Ländern, wo aktiv in nächster Zeit Wahlen anstehen. Das wären jetzt Ukraine, Singapur, Kanada und Argentinien. Da werden auch neue Tools eingeführt, wo unter anderem die Anzeigen, also politische Anzeigen, von Menschen auch angeguckt werden in Zusammenarbeit mit ein bisschen künstlicher Intelligenz. Da passiert auf jeden Fall ganz viel. Finde ich eine gute Sache. Und auch das mit der Datenbank, das sorgt für Transparenz. Das ist immer schön. Das ist meiner Meinung nach alles unterstützenswert. Facebook ist da, glaube ich, in eine gute Richtung unterwegs. Und wo Facebook auch in einer guten Richtung unterwegs ist, meiner Meinung nach, ist mit einem Test, den sie derzeit fahren. Meistens werden ja bei Instagram so Tests im Kleinen gefahren. Und jetzt aber auch mal wieder bei Facebook. Und ein paar Nutzer können seit kurzem in iOS und Android die roten Benachrichtigungsblasen in der App ein- und ausstellen. Und für die einzelnen Bereiche. Ja, also wenn zum Beispiel im Marketplace, den ich gar nicht nutze, so ein kleiner roter Button oder kleine rote Bubble oben ist, die mich irgendwie aufmerksam machen soll, dass da was passiert ist, interessant sein könnte, muss ich das ignorieren, weil ich Marketplace gar nicht nutze. Und auch in Gruppen möchte ich nicht ständig benachrichtigt werden, wenn da was Neues passiert, weil das passiert eigentlich die ganze Zeit. Und in dem aktuellen Test hat man die Möglichkeit, für jeden Bereich einzeln mit einem Schieberegler diese kleine Benachrichtigungsblase auszuschalten. Und das finde ich wirklich gut und hoffe, die Funktion wird auch bald für alle eingeführt. Und letztes Thema für heute ist Apple. Die haben ja mit Project Titan auch ein Autoprojekt intern am Laufen. Und da geht es um das Thema selbstfahrende Autos. Und darin haben sie sich jetzt verstärkt, denn sie haben das StartupDrive.ai gekauft. Denen ging es nicht mehr so gut. Die hatten kaum noch Geld und waren kurz davor, den Laden dicht zu machen. Und wie gesagt, Apple hat jetzt die Firma gekauft, wird trotzdem 90 Mitarbeiter entlassen. Die anderen werden dann zu Apple eingegliedert und sie haben natürlich wieder Technologie und Wissen gekauft für ihr Project Titan, wo keiner so richtig weiß, wo dort die Reise hingeht. Gerüchte gibt es genug und Infos von Apple gibt es wie üblich eher weniger. Da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall scheint Project Titan immer noch am Leben zu sein intern. Sonst hätten sie ja das Startup nicht gekauft. Jo, und das war es auch schon für heute. Ich wünsche euch einen tollen Mittwoch. Hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bleibt positiv. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.